Ja. Gut weh. Fuß. Und genieß. Wenn der bisschen hier. Ja. Oh. Ich hab so langsam. Aha. Aha. Ah. Meine Güte. Oh. Dann okay. Ja. Und dann kommen Kopfschmerzen noch. Ja. Ich mach alles normal. Gut. Dann erstmal hier. Besser. Besser. Aber hier Schmerzen. Das ist normal. Aber wegen Krankheit ist weg. Ja. Ja. Viel besser. Hm. Noch Knien. Sie haben viele Probleme. Rücken. Rückschmerzen. Schmerzen. Schmerzen. Schulterschmerzen. Rücken. Schmerzen. Also. Knien. Ja. Knien. Ganz auch. Ja. 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 Jetzt. Moment. Mach mal. Ob das wieder Schmerzen oder nicht mehr. Nein. Rücken. Jetzt auch. Ja. Ja. Und hier. Schmerzen. Ja. 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 Alles gut. Ja. Ja. Und hier. Ja. Ich weiß nichts, aber ich weiß es auch sehr viel was du hast. Ja, da, aber zuschaut mal zu sagen. Und da, das, die man zu sehen. Das ist die Frage, die wir in diesem Bild kennenlernen, die ich nicht mehr verstehe. Das ist kein Tröng. Ach, das ist ein kleines Oh, es ist ein kleines Oh, es ist ein kleines Oh. Wir haben hier unten schon mal, als ich den es nicht mehr heim. Ich habe einen Tag mit 3.2 von Sägen in Saigon. Ich habe einen Tag mit 3.2 von Sägen. Oh, ja. Ich empfie dir einfach. Danke für dich. Und ich habe schon mal gelesen. Und du kannst dir wiederholen. Du kannst mich nicht unbedingt machen. Du kannst mich nicht so einfach nehmen. Ich habe mich nicht so einfach machen. Ich habe ich einen Moment gerecht. Ich habe mich nicht so einfach machen. Ich habe mich schon appointment. Oh mein Mann! Oh mein Mann! Vielen Dank.